und herzlich willkommen zurück zu call of doom sikhil ultimate episode 5 folge 5 ja eine map die ich auch relativ schwer in stimmte cyberdemons das ist natürlich das war ja die map die bei cyberdemons gegeneinander so gut da erst mal hier silent und erst mal ein bisschen sicht einschalten oh gott wie viele die siehst du so gar nicht also wenn du ganz genau hinguckst siehst du sie ja aber ich meine ich habe mit gamma wird hochgedreht weil draußen ist hell und b wenn man das in vanilla spielen würde weil ich weiß ob die in vanilla da sind die sachen glaube ich etwas heller also da ist der unterschied zwischen den beiden größer weil ich meine ich jetzt erst mal schön aufräumen ja sieht noch irgendwer irgendwas also ich sehe gar nichts mehr Dann wiege ich mich mal in falsche Sicherheit, und wir jumpen einfach mal rüber. Oh, guck mal, da unten ist einer. Was war das gerade? Okay. Achso, ist eine Leiche. Ich dachte, der da oben lebt noch. So, ab jetzt wird es gefährlich, weil jetzt kommen wir nämlich in den Bereich der beiden Ims, äh, Cyberdemon. What the fuck, what the fuck, oh. Ja, wir haben sie natürlich auch direkt aufgeweckt. Gut, dann gehen wir lieber doch den Hauptweg lang. Hallo, lauf doch mal. Hä? Oh. Meine Hand war um eine Tastenbreite verrutscht. Hab gerade die falsche Tasten wieder gedrückt. So. Was ist hier los? Gar nichts. Ich trau mich nicht hier raus zu gehen, Alter, dieser Cyberdemon. Da ist einer, da ist einer. Oh. Warum werden die Lost Souls aktiv, obwohl ich gar nicht angegriffen habe? Vor allem greifen sie jetzt den Tropfen mich an, oder? Hä? Ne, die, ne, die greifen nicht Cyberdemon an. Oder? Ach, ich weiß jetzt auch nicht. Oh, feiern wir jetzt hier. Ich will ständig rum teleportieren, dann kriegst du ja eine Macke. Oh, oh. Oh, alter. Aber sie sieht schon arschgeil aus, ne? Wenn dann nur nicht diese bei Cyberdemon werden. Die zwar auch arschgeil aussehen, ja? Aber, ähm... Mit denen sind wir leider auch am Arsch. Oh, oh. Irgendwie konnte man die doch ausschalten. Ich weiß nur nicht mehr wie. Gab's nicht irgendeinen Teleporter? Oder war das? Das Ding war ein Teleporter, kann das sein? Äh, die Cyberdemon selber brauchen keinen Entfalten, ne? Also, dass sie sich quasi gegenseitig angreifen, kriege ich nicht hin. So war das doch irgendwie. Cool, ich versuche mal hier rüberzukommen. Das war schon mal erfolgreich. Alter, voll die Stealth in der Map. Du kannst hier nichts machen. Also... Boah... Boah... Ne, also hier können wir auch nichts machen. Tja, was machen wir denn dann? Gut, dann müssen wir sagen, dann gehen wir erst mal wieder zurück. Hier konnte man irgendwas machen, ne? Äh, wie war denn das? Ähm... Ne, hinten war nichts. Da kam ich nicht rein, da braucht man eine Karte. Ach, da müssen wir hin. Oder? Ne, da braucht man auch eine Karte. Ich hatte so viele Sachen, alter. Egal, wir gehen einfach mal hin. Okay. What? What? Alter, halt. mach doch mal eine jetzt hier dieses kacklava gedöns alter ich brauche mein gesamtes leben brauche ich noch das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht und jetzt sterbt jeder alter ein glück könnte ich diese zwei die mir nicht bewegen halt da also aus einem ganz kleinen also nicht wirklich so sag ich doch überrutsche ich die karte für na wirklich hier komme ich also auch nicht weiter scheiße man kam ich da hin oh gott super wie viele los zahls fing jetzt hier rum Okay, was hat das jetzt gemacht? Ah! Alter! Ah, fuck! Ah! Hä? Wow. Ah! Alter! So, ja, nee! Nein! Lauf doch! So, heißt ich muss sie nicht einmal besiegen oder wie jetzt? Nein! Alter! Oh Mann, Alter! Oh! Nein! Na, Alter! Oh! Ja, ist ja gut, ey! Na, mach ihn her! Mach ihn her! Lauf jetzt! Zack, zack! Oh, schnack! Oh, schnack! So, dann nehme ich mal das Ding hier, nein, das Ding hier. Ah, das hat ich nicht so viel gebracht, die Kopfhattel. Okay, da ist ein Teleporter. Oh mein Gott, oh mein Gott, was kommt denn jetzt so bitte? Ach, bloß nehmen. Okay, okay, oh Gott. Okay, okay, gut, 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 gut. Ähm, ging ich nicht so viel raus? Hier war doch auf der Treppe, mal. Hier so. Ha, verstehe ich nicht. Ich weiß, ich hier gerade irgendwas. Ah, okay. So war was. Ähm, was hätte ich es genommen? Wovon habe ich eigentlich der meisten Munition? Eigentlich von der Schrotflinte. Könnte auch mal wieder unsere Pistole benutzen. Prick, Prick gegen Cyberdemon bestimmt ganz viel. Ah, da war ich schon Cyberdemon. Upsala. Dann gehen wir da lieber noch nicht lang. Also was gab es hier auf der Seite? Äh, gar nichts. Okay. Hä? Hä, aber... Oh. Wir haben doch nichts, wir haben keine Karte, kein nichts, kein gar nichts. Wir haben nicht mal einen gelben Key oder sowas bekommen. Was müssen wir da jetzt machen? Na super. Nein. Ach man, super. Was zur Hölle müssen wir jetzt machen? Da hinten müssen wir doch hin. Die Frage ist nur wie. Dann muss ich da oben noch so lang. Nee, hier komme ich nicht lang. Wait a minute. Nee, da auch nicht. Oh. Ach, scheiße. Wie hat denn das funktioniert? Ach, so war das. Ach mein Gott, ja. Mitten durch die Cyberdemon. Aua. Ja. Jega, wie ist das? Ich muss ja nicht im Treffen, Junge. Der andere hat mich gerade getroffen. So, ich muss mich hinter dem Ding verstecken. Ja. Ja. Das Problem ist, wenn er... Das Problem ist, wenn er gegen die Wand schießt, weil er an mir dran vorbeischießt, dann kriege ich das Flash Damage. Ähm. Ja. Ich muss mich einfach mal beeilen. Ich schaff das. Hä? Jetzt greifen sie gar nicht an. Okay, interessant. Sehr nett. Ähm. Okay. Okay. Konnte ich... Nee. Ähm. Ähm. Oh Gott. Alter. Schlechte Idee. Gar, schlechte Idee. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Hä? Oh. Okay. Ach, schau mal. Das kann man aufmachen. Nee, kann man nicht. Schade. Wie zur Hölle soll ich das überleben? Ähm. 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 Oh Gott. Ah, Mann. Ooh. Ähm. Oh Gott. Ich war mir irgendwie sicher, dass man hier etwas auslösen konnte. Ich weiß nicht mal was und wie das ging. Ah, ist auch egal. Bin mir sowieso sterben. So, nehmen wir mal die hier. Ob diese vorher sind die andere? Nee, doch. Das ist doch nicht mal so schlecht hier, Alter. Und jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kommen die hier raus? Ja, die kommen hier raus. Na dann. Let's die. Motherfucker. Woah. Was? Wtf? Aua. Nein. Oh, Alter, wo kommt der? Ach, Mann, das hier ist komisch. Oh, grün gestrippt. Ich hab nichts mehr. So. Okay, ich krieg die rausgelockt. Sehr schön. Okay. Darf ich jetzt richtig schon dumm? Oh, noch mehr oder was? Ah. Nein. Ach, Mann. Ja, sehr gut jetzt. Gott, hat der gewonnen. Wo kommt der denn jetzt her? Ich dachte, hier wär Ruhe. Ich hab doch aufgeräumt. Ach, Gott. Oh, Mann. Ich hab schon Bock mehr. Wo kommst du her? Nope. Nope. Oh, hier. Jetzt ist der Kackpinkie hier. Äh. Los soll. Oh, Mann. Huh. Herr im Himmel. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja. Wann häng ich jetzt so? doch Geh doch So, wie sollen wir jetzt hier durchkommen ohne zu sterben? Wir können doch schaden, oder? Ach, wir bekommen gar keinen Schaden. Oh Gott Oh Gott Ich kann mit dieser grünen Sicht nichts erkennen. Vor allem, weil hier halt durch das Ding sowieso noch die Sicht der Schwert ist Na ja, müssen wir jetzt so arbeiten Oh, Alter, weg da Wer hätte ich das Gestrüppeln gemacht? Das dumme Truschka Oh 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 Okay, hier ist der Bereich, den wir bereits gesäubert haben Oh What the fuck Oh Natürlich ist auch wieder ein Lost Soul, Alter Gott Dammit Ja, wir haben die erste Karte Oh mein Gott Fah Hä? Ach Gott Immer schön alle Waffen nachladen Aha Nichts aber auch nicht nachgeladen Gott Ja Ah, Schwie auf dem Präsentierteller. So, jetzt muss ich eigentlich plus da hinten drüber, ne? Das war ja direkt das Blaue. Ja. Sehr gut. Okay. Nope. Hä? 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 würde ich mir sagen wir gehen erst mal hier rein machen wir von hier aus können wir hier besser rein haben gerade unsere gesamte rüstung verloren wir haben nur noch 11 super ja so das hier war ein spaß wie war das okay Gott Nein Ja Waffen nachladen und dann überwechseln Wollt man wahrscheinlich nicht machen Wenn man gerade von Fischer verfolgt wird Ja gut jetzt Das ist ja noch einer Ja Ich habe keinen Bock mehr Herr im Himmel Lieber beide noch Ist ja gut jetzt Meine Fresse Gott Eigentlich gibt es schon seit jeher in Doom das Schnellspeichern Wo denn jetzt? Alter, ihr wollt nur verarschen Ja, kann ich vergessen Ja Kann ich vergessen Ja Ja Klar Warum auch nicht Na komm, greift an! Ach, mach doch hin, ja. Wo denn du wieder? Digger, wo war denn der? Oh! Oh! Wie war Hass! Wo ist der Hurensohn? Hä? 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 Ach, da! Alter, dieses Spiel! Jetzt kommt auch noch ein Elm. Wo ist der jetzt? Wo kommt die denn her? Mann, der ist so bescheuert. Der ist doch doch dahinter behindert. Wer macht das so'n Dreck, Alter? Warum Spawnian dauernd irgendwelche Viecher nach? Wo bin ich jetzt gerade? Toll! Gott, Alter! Ach! Oh! 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 Toll? Oh! Oh! Okay. Oh, ja, das ist doch wieder auf. Diese Map, alter, ey, der ist ja... Der muss ja echt alle drei Sekunden auf Quick Save drücken. Ach, komm. So, wird jetzt die Teleporter unten? Ach so, siehste, wir können ja gar nicht umbrechen, weil wir stehen ja auch in der Lava. Na doch, es geht. Man muss nur schnell sein. Und ich weiß nicht mal, ob uns das überhaupt was bringt. Obwohl, wir können auch mal dieses blaue Lixabunster, äh, nicht blau, hier, ähm, das schon, die Rüstung da oben holen. Wäre vielleicht wirklich ne Idee. Machen wir doch mal. Ähm, Alter. Gut, dann gibt es noch mal Munition, aber Munition haben wir, obwohl, ne, eigentlich gar nicht. da unten schon so bereitwillig. Danke. Gut, dann geht's. Das... Gott, alter. San Romero, wenn du mich hier gerade siehst, ich hasse dich. Wo bin ich jetzt gerade? Achso, hier. Oh, hier ist noch etwas. Ich muss mir mal was dazu überlegen, wie kamen wir da nochmal in diesen einen Raum rein? Manchmal war ich da hinten gar nicht nicht lang, ne? Doch. Wie kamen wir da hinten hin? Manchmal war ich doch gerade. Hä? Bin ich gerade falsch abgebogen, oder was? Achso, ja, klar, ich bin nie lang gelaufen, aber ich muss ja hier durch. Vielleicht schon wieder. Bzw. ich kann auch einfach hier lang springen. Yay. So. Hätten wir das auch geklärt? Wo bin ich jetzt hier lang? Nirgendwo. Wobei ich kann da relativ schnell hier hingehen. Oh, ab und hier. Kein Bock mehr. Alter. Das ist da. Die Hälse melden, ne? Goddammit. Das ist das nächste Mal. Vielen Dank.